Freunde des Lighting Rooms, angelehnt an den Matrix Blinder, hat Stelwell seit März 23 diese coolen Moving Heads in drei Versionen im Programm. Interessant ist die Endlos-Pan-Tilt-Rotation und die ca. 6 Grad engen Beams aus den einzelnen 4 in 1 RGBW-Kalt-Weiß-LEDs. Ich habe mich eben etwas mit den Geräten beschäftigt und in diesem Video geht es mir eher um die Kombination der Serie als um das einzelne Produkt und deshalb hier eine kleine Übersicht der technischen Daten. Die Geräte sind sehr gut verarbeitet, sie spielen sauber und vor allem die Großen der Serie sind super hell. Ja, das war es jetzt auch schon mit meiner Rede für dieses Video. Ab jetzt gibt es die Szenen, die ich vorhin aufgenommen habe. Ab geht's! Szenen Lighting Rooms Szenen Lighting Rooms Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020